Die SRH Holding in Heidelberg bietet an der Hochschule für Wirtschaft und Medien in Kalf einen neuen Masterstudiengang an. Er nennt sich Media Management and Public Communications. Mit diesem interdisziplinären Studium mit den Schwerpunkten Medien, Kommunikation, Management und BWL sollen Studierende das Rüstzeug erhalten, um Führungsaufgaben zu übernehmen. Der Studiengang dauert 24 Monate und zeichnet sich vor allem durch praxisorientiertes Arbeiten aus. Madeleine Becker hat ihren Bachelorstudiengang Medien und Kommunikationsmanagement an der SRH Hochschule in Kalf bereits abgeschlossen. Jetzt geht es für sie wieder los mit dem neuen Masterstudiengang Media Management and Public Communication. Das bedeutet noch einmal zwei Jahre studieren. Für sie war es keine Frage, nach dem Bachelor noch den Master draufzusetzen. Wir werden sehr viel im Bereich Medien lernen und in der öffentlichen Kommunikation. Wir haben jetzt im Bachelorstudiengang schon tolle Grundsteine erworben im Bereich Marketing, Kommunikation und ich habe auch gemerkt im Praxissemester, dass mir diese Richtung sehr gut gefällt. Und deswegen möchte ich mein Wissen jetzt mit dem Masterstudiengang noch erweitern, sodass ich mich auch später fürs Berufsleben gut vorbereiten kann. Seit 2005 bietet die SRH an der Hochschule in Kalf verschiedene Bachelor- und Masterstudiengänge an. Schwerpunkte sind die zwei Fachbereiche Wirtschaft sowie Medien und Kommunikation. Die Verzahnung dieser beiden Bereiche aber ist es, die von Unternehmen mehr und mehr gefragt und eingefordert wird. Für die SRH war das mit ein Grund, den neuen Masterstudiengang anzubieten. Dieser Studiengang hat ja als Fokus Unternehmen, Unternehmensführung. Wir haben hier einen Forschungsschwerpunkt, der sich sehr speziell eben mit Unternehmensführung beschäftigt. Und unser Anliegen war, den Studierenden in diesem Bereich einen sehr attraktiven Masterstudiengang anzubieten, eben im Kern Unternehmensführung. Die Studierenden, die dann eben hier herausgehen können, in der Tat Kommunikation im Unternehmen machen. Wer später für ein Unternehmen mit den Medien arbeitet, muss auch wissen, wie diese funktionieren. Das Rüstzeug bekommen die Studierenden in vielen Projekten. In kleinen Gruppen lernen sie, Filme zu drehen, auf Schnittplätzen zu arbeiten oder Fotostrecken für bestimmte Produkte zu erstellen. Hier ist nicht nur Kreativität gefragt, sondern auch technisches Know-how. Auch die Art des Lernens hier ist einfach eine ganz andere. Also man lernt hier in kleineren Gruppen. Wir haben hier sehr viele schöne Projekte. Es ist einfach ein sehr proaktives Arbeiten und sehr praxisorientiert. Also die Theorie wird immer sofort wieder in einem praxisorientierten Projekt einfach vertieft. Und das gefällt mir sehr gut. Der neue Studiengang setzt auch neue Schwerpunkte. Online-Dienste und Social Media sind die Themen der Zukunft. Hier aber müssen die Studierenden alle Facetten kennenlernen, beispielsweise auch die rechtliche Seite. Denn mit einem Klick auf einen Button kann vieles in Bewegung gebracht werden, manchmal auch unbeabsichtigt Dinge, die man eigentlich gar nicht wollte. Plattformen wie Facebook oder Twitter sind mittlerweile Selbstverständlichkeiten, die zu jeder Unternehmenskommunikation dazugehören. Doch auch hier gibt es natürlich Fallstricke und einiges zu beachten. Wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Selbstverständlich steht dann der Praxisbezug sehr stark im Mittelpunkt. Wir stellen also das auch sicher. Zum einen, dass wir Professoren haben, die festangestellt sind, die hier für die Grundständige, für die wissenschaftliche Lehre sorgen. Und der Praxisbezug kommt durch freie Dozenten. Und sie befinden sich ja im Moment hier in einer Region der sogenannten Hidden Champions. Das bedeutet, wir haben also einen Riesenpool an Praktikern, die Interesse haben, ihr Wissen, was sie in der Praxis eben auch anwenden, und jetzt an die Studierenden weiterzugeben. Internationale Kompetenzen sind ebenfalls ein großes Thema. Einige Seminare werden deswegen auch zweisprachig angeboten. Die Dozentin Loreto Aravena redet mit ihren Studierenden mal Spanisch, mal Deutsch. Die Do's und Don'ts im Umgang mit ausländischen Unternehmen sind nicht nur für Global Player, sondern zunehmend auch für den Mittelstand wichtig. Um zu erfahren, welche Kompetenzen später von den Unternehmen tatsächlich gewünscht sind, hat sich die SAH-Hochschule intensiv mit den Anforderungen in der Praxis beschäftigt. Wir haben eigentlich die Berufschancen des alten Studiengangs in diesem Bereich erhöht, indem wir eben diese neuen Inhalte, Social Media, Unternehmenskommunikation in modernen Formen eingebracht haben. Wir wissen eben aus diesen Vorgesprächen, man macht ja entsprechende Benchmarks natürlich, bevor man einen Studiengang einführt, dass diese Chancen jetzt ungleich höher sind als zuvor. Und wenn ich mal das so verraten darf, wir haben natürlich auch schon von Unternehmen so indirekt die Anfrage, naja, wenn Sie Absolventen haben, ganz spannend, bitte unbedingt bei uns bewerben. Der neue Masterstudiengang Media Management and Public Communication ist übrigens auch ein Angebot für bereits Berufstätige, die auf der Karriereleiter noch etwas weiter nach oben kommen wollen.